Jo Leute, was geht ab? Forsbex ist wieder Bergarmstadt für euch und heute gibt es eine kleine Überraschung für einen sehr guten Kumpel. Es ist ein richtig geiler Kollege von mir, kann sich ein paar Sachen von Fortnite nicht kaufen oder beziehungsweise gönnen, deswegen habe ich mir gedacht. Bis vor die Season jetzt noch zu Ende geht und er verpasst jetzt dann wortwörtlich alles, würde ich ihm jetzt einfach mal auf meinen nackten Battle Pass schenken, weil es ist ein korrekter Dude, er ist immer für einen, der Probleme hat und er ist einfach nur genial und er ist mein Sugar Daddy. Also, passt mal auf, Luis. Also, habe ich jetzt lange überlebt. Überlebt. Überlegt. Das hört mich immer gerade so ein bisschen anders an, aber egal. Bist ein korrekter Dude, muss man sagen. Ein Sugar Daddy bist du auch. Und es lohnt sich einfach, wirklich mit dir zu chillen. Es ist einfach nur göttlich. Ja, deswegen habe ich mir überlegt, du kriegst von mir heute... Leider kein Bild. Du kriegst von mir heute ein Skin aus dem Item Shop. Kannst du dich auf Sexskins freuen? Dicker, chill doch mal, Simon. Sexskins plus ein paar Spitzhacken. Dann noch reicht Tarnungen. Dicker! Simon, ist okay. Und von mir kriegst du noch höchstpersönlich, ähm, eine Gutschrift von knappen 1500 V-Bucks. Doch? Dicker, Simon, du willst mich gerade verarschen, Junge. Das ist nur ein Mensch. Das ist... Du bist nicht der Weihnachtsbauer. Ich meine ja nicht, dass ich Luis nicht werde oder so, aber das ist ein bisschen überfliegen. Aber deine Entscheidung, Bro. Deswegen, ich habe hier so gedacht, machen doch jetzt einfach mal diese Freude. Kauf dir quasi den Item Shop, aber ich mache noch eine Nummer höher. Tigger! Noch eine Nummer höher. Die ganzen Sachen... Dicker, wer redet von Battle Pass? Die ganzen Sachen, die ich dir jetzt aufgestellt habe, die Sexskins, also die sind OG-Skins, ja? So, und jetzt pass mal auf. Ähm, wird echt... Also, das ist echt eine gute Kurve, muss man ehrlich sagen. Machst auch jeden Scheiß mit. So. Wer hast du damit allverstanden? Sexskins, ähm, drei Spitzhacken, drei Spitzhacken, zwei Tänze, eine Tarnung, ein Gleiter. Hast du damit allverstanden? Okay, dann viel Spaß mit meinem Geschenk. Du kriegst das jetzt in drei, zwei, eins. Das macht eh nichts, ja. Dann kann ich mir kommen, die zu zwei Euro tanzen. Viel Spaß mit dem Mega-Pack-Geschenk von FaceForcePacks. Mega-Pack-Geschenk von FaceForcePacks. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Battle Pass freigeschaltet. Digga. Ja, nix. Herr, hat dir das wirklich alles geschenkt? Oh mein Gott, Digga. Herr, hat dir das wirklich alles geschenkt? Warte. 1200 V-Bucks. Exklusives Upgrade. Mythisch Season Pass, geil. Digga, mein Robilett, der spinnt es zu, Digga. Geil, Mann. Ja, ich hab's dir versprochen. Du kriegst sechs Skins, 1500 V-Bucks. Ja, ich hab's dir versprochen. Du kriegst sechs Skins, 1500 V-Bucks. Ich flan gleich, ich spara. Ich flan gleich, ich spara. Ich flan gleich, ich spara. Egal, du hast halt die gegant, Bro. Danke, Mann. Ich muss erst mal alles durchgucken, Digga. Jetzt kommt noch, äh, die Kirsche. Luis, ja. Jetzt kommt noch, äh, die Kirsche. Du? Auf den Sahne. Du hast Glück. Aufs Durchfall auf den Kack. Du hast Glück. Es geht grad um den Kommando. Deswegen, also den Kommandoskin. Deswegen, du hast grad Glück. Ja, ich bin gut gelaunt. Dass du in einer Party bist, von der Person, der den Kommandoskin jetzt bekommt. Viel Spaß, Leo. Ja, danke, Bro. Ja, Peter.